Dazu möchte ich Ihnen sagen, dass die Bundesregierung die erneute Reduktion der Gaslieferungen durch Gasprom zur Kenntnis genommen hat und die Lage sehr genau beobachtet. Die Lieferverträge werden zum jetzigen Zeitpunkt nicht eingehalten. Wir sehen dafür, wie schon auch zuvor, keine technischen Ursachen. Die Turbine ist da, sie ist gewartet. Unsere kanadischen Partner haben der Auslieferung zugestimmt, dafür sind wir sehr dankbar. Einem Transport der Turbine nach Russland steht also aus unserer Sicht nichts im Wege. Was wir hier sehen, ist tatsächlich ein Machtspiel und davon lassen wir uns nicht beeindrucken.